Ich lebe mit diesem Beruf und ich liebe diesen Beruf. Er ist, glaube ich, ein sehr glücklicher Sohn gewesen und er ist auch ein sehr glücklicher Vater. Ich fürchte, ich bin ein Perfektionist. Ich hoffe, ich habe es unter Kontrolle. Er ist so überzeugend, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Vielen Dank.